Let's go Rydos! Was? Was ist denn da auf der Rückseite? Und los! Er ist ja voll im Weg oben oben. Guck mal, da ist eine Rutsche. Ja, die ist ja cool. Und der Racing Coaster. Und das Weihnachtenbaum-Karussell. Was ist denn der andere Coaster? Oh, guck mal, hängen wir mal. Guck mal, wie klein das Fire Department aussieht. Das ist eigentlich ein Riesengerät. Guck mal, das ist echt zwei Felt-Safe. Guck mal, eigentlich noch ein Felt-Safe. Ah, okay, dann ist das das, wo wir drin waren. Aber da ist echt noch mal ein kleines Safe. Guck mal, 2,5 Meter direkt nebeneinander. Ja, das ist normal. Da geht ja voll ab da unten. Ja, die gehen ja voll ab da unten. Alter! Was? Was? Nein, das sind Helme. Was? Was ist denn der Run-A-Way-Train? Ja. Alter, wie es geht? Wie der Wien hier ist. Guck mal, aber alle gleichzeitig. Helm, was denn der Run-A-Way-Train? Boah, hohoho, alles fährt, ey. Und dann vor der Kulisse so. Boah, hohoho, alles fährt, ey. Und dann vor der Kulisse so. Und dann vor der Kulisse so. Was ist denn der Run-A-Way-Train? Ich sag mir, wir finden diesen Run-A-Way-Train wieder nicht. So, ich hab ihn gefunden. Da steht ein Weihnachtsmann hinten drauf. Direkt neben dem Starflyer da. Und los geht's. Da ist, wie bei Karls, so eine Eis-Labschaft für Eiskulturen. Ja! Hier sind sowas von Ready. Ja! Kann's ruhig Vollgas geben. Muss jetzt nicht langsam fahren, weil der Kinder-Bereich steht. weird vollgas priced in eigen ist. Ja! Sehr schön! Zieh mal durch hier! Ja, hier geht's! Wir steigern uns Stufenpreis noch! Was? Wir steigern uns Stufenpreis noch! Sie haben doch keinen Überschlag gemacht! Nein! Teppich fliegen, wunderbar! Guck mal, das Ding war aber schneller! Jetzt war er! Wir werden echt immer schneller, ne? Ja! Wir werden echt immer schneller, ne? Ja! So ein Richtungswechsel, wenn was Feines gewesen ist! Oh, meine Ohren sind weg, Alter! So ein Kader! So ein Kader! So ein Kader! Wir werden auch wieder gehen. Die Kader! So ein Kader! So ein Kader! So ein Kader! So ein Kader! Das Ver governor!